Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Das war der Kaffee, den ich gerade getrunken habe. Guten Tag, guten Morgen. Ja, ich bin heute mal alleine hier. Worum geht es? Wo geht es hin? Ja, Sinn des Lebens, 42. Nein, Quatsch. Ich habe Partner, die mit mir hier auch quatschen wollen. Die Problematik ist, die sind alle am Arbeiten. Die haben nicht so viel Zeit wie ich. Soll nicht heißen, dass ich nicht arbeite, um Gottes Willen. Wie ihr gerade seht, sitze ich hier und arbeite. Also nicht seht, sondern hört. Und alle anderen sind halt einfach extremst eingebunden. Und das merke ich auch halt an meinem neuen Partner SKS. Meine Ansprechpartnerin, die versuche ich seit zwei Wochen zu erreichen. Telefonisch natürlich, bei E-Mail wäre es immer einfach gewesen. Aber wenn man was zugeschickt bekommt, bin ich immer der Meinung, man sollte es persönlich am Telefon tun und sagen, danke, dass ihr mir das zugeschickt habt. E-Mails sind ja ein Kommunikationstool, was schon seit über 30 Jahren irgendwie so im Raum steht. Und man kann da tolle Nachrichten mit verschicken, sind aber aus meiner Sichtweise halt sehr, sehr unpersönlich. Das geschriebene Wort ist zwar eine Macht, die kann man ausnutzen oder benutzen, wie auch immer. Aber als Dankeschön schreiben, einfach nur so, hallo, boah, danke, dass du mir die Sachen zugeschickt hast. Liebe Grüße, Florian Petzold. Ne, das mache ich am Telefon. Und wenn ich nochmal eine Woche brauche, bis ich die junge Dame da ans Telefon bekomme, um aus meinem vollsten Herzen zu sagen, danke. Und dieses Wort danke wird sehr, sehr wenig heutzutage genutzt. Nicht genutzt und nicht genutzt, sondern auch noch benutzt. Also wie oft ich in meinem Leben irgendwie ein Danke erhalten habe, das ist sehr, sehr wenig. Und ich habe mich auch mit meinem anderen Partner, Sportsnut, weil die haben mir jetzt auch schon was zur Verfügung gestellt. Übrigens Delayed-Klamotten. Und da habe ich auch angerufen und habe einfach mal beim Herrn Kienert Danke gesagt. So, da brauchst du doch nicht viel anrufen. Sag ich doch, weil ein Danke wird heutzutage sehr, sehr wenig ausgesprochen. Es ist eine Art von Höflichkeit. Höflichkeit gegenüber Sponsor, Partner, wie auch immer. Ein persönliches Anruf Danke, geschweige denn, wenn man sich nochmal trifft, dann sagt man auch nochmal Danke. Einfach gegenüber dem, von dem man was Gutes bekommen hat, Respekt zu zeigen. Ja, man respektiert ihn, man akzeptiert das irgendwie halt, was er für einen getan hat. Und das ist einfach super. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich so welche Partner jetzt mittlerweile habe. Und das nach fast zehn Jahren, erst Florian Petzold.de und seit 2016 oder 2017 habe ich dann halt wieder meine alte Domain, Rockstar TV, wieder. Kurzer Einwurf, es gab mal von den bayerischen Nöterwerken, nee, das war Sachsisch jetzt irgendwie, ich hätte einen auf Bayern machen müssen. Gab es ein Motorrad namens Rockstar und ich habe damals ein Schreiben mal bekommen, dass ich doch bitte die Domain abgeben sollte. Aber das Thema hatte sich dann erledigt und ich habe dann seit 2016, 2017 diese Domain wieder. Aber wieder zurück zum Punkt. Also wie gesagt, diese Dankbarkeit, auch vor Ort irgendwie. Und wenn er Alkohol trinkt, sage ich immer, möchtest du ein Bier? Ja klar, bumm, fertig, aus und passt. Da gibt es auch noch ein Bier oben drauf. Und wir leben heutzutage, glaube ich, sowieso in einer etwas, ich sag's mal so, komplizierter, nicht leicht verständlicher, in einer leicht verständlichen Atmosphäre. Es wird ziemlich schnell irgendwo oben drauf gehauen, weil persönliche Amusitäten gerade irgendwo mehr im Fokus stehen oder die sowieso immer im Fokus standen. Und dann wird halt diese Energie genommen und auf andere negativ projiziert oder vielleicht sogar produziert. Ich bin aber, oder ich versuch's, weil ich bin davor auch nicht wirklich gefeit, voller Respekt und voller Höflichkeit gegenüber denen zu treten, die aber auch mal negativ auf mich eingehen möchten oder wollen. Versuch's, weil ich dennoch mit Respekt und Vernunft dran zu gehen und ja, das bin ich halt einfach und versuch da halt einfach nur mein Ding hier mit durchzuziehen. Und dazu habe ich halt einfach coole Partner. Der weitere Partner ist helden.de. Macht jetzt mit meinem Decathlon-Rennrad nicht so wirklich Sinn, was ich da habe. Was ist überhaupt helden.de? Helden.de ist eine Versicherung oben aus Hamburg. Also halt die hübschen Nordlichter oben. Und die haben eine Fahrradversicherung ins Leben gerufen, die ziemlich schnieke ist, wo du ab einem Preis, ich glaube von 70 Euro oder so, 75 Euro im Jahr beim Warenwert von Summe X, das könnt ihr ausrechnen lassen da über den Calculator, den wir da oben haben, ja, auf der Webseite. Und dann ergibt sich nachher der Preis und deswegen ein 633 Euro Fahrrad zu versichern. Ah, nee, 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 das macht keinen Sinn, also Gin oder wie auch immer. Aber wenn ich jetzt, ich hoffe am 10. Juni endlich mein Mountainbike bekomme, dann ist natürlich klar, hallo liebe Helden, der Floran ist am Start. Ich trage hier meinen Preis ein für das Fahrrad. Ich hätte gerne dann halt von euch diese Versicherung. Was hat dieser Versicherungsschutz? Ich weiß, das ist ein bisschen Werbung jetzt hier, natürlich für den Partner. Also so wie ich das verstanden habe, sollte es ein hochwertigeres Fahrrad sein, kriegt ihr sogar für den Zeitraum ein Fahrrad gestellt. Ja, ein gleichwertiges Fahrrad gestellt. Ich weiß, so welche Formulierungen bei Versicherungen sind immer sehr, sehr schwammig, gleichwertig. Was heißt gleichwertig? Ich kann es euch nicht sagen. Quatscht mit den Helden selber. Die sind total offen, die sind sehr kommunikativ. Die geben Gas. Und wenn ihr noch andere Versicherungen haben wollt, bitte irgendwie halt, die haben auch noch andere Versicherungen im Boot. So, das war so gesehen der kleine Werbeblock. Ich habe aber kein Geld dafür bekommen von helden.de, dass ich das sage, sondern ich partizipiere nur darüber, wenn ihr über meinen Blog geht und auf den Link klickt und dann eine Versicherung abschließt. So, dann bekomme ich irgendwelche Punkte zugestellt, irgendwie halt, oder was weiß ich, irgendwie wird meine Versicherung dann im Nachhinein günstiger. Ich finde es einfach nur gut, irgendwie, dass es so welche Versicherungen gibt, weil diese Versicherungen sind auch noch für Diebstahl, geschweige denn, irgendwie, wenn du dein Bike schrottest. Natürlich nicht, wenn du im Extrem-Downhill-Bereich bist. Aber wie gesagt, das sollen sie euch erklären und gut ist. So, mal eben kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, was geht weiter? Ja, nochmal zu dem Anfang irgendwie halt. Ich habe hier eigentlich Partner, die mit mir ja auch quatschen wollen im Podcast. Diese Partner sind natürlich jetzt hier, also ich nehme das jetzt nicht vorweg, wehen alles. Es sind jetzt, bis jetzt haben sich, ah, so drei Stück, die man auch aus der Branche kennt, also den Namen für das Produkt, wo sie für arbeiten. Nur die Menschen kennen nicht wirklich viele, die dahinter stecken. Und die sind aber gerade extremst wirklich im Stress, weil die wirklich Vorbereitungen jetzt für die Start der Saison irgendwie gerade alles so vorbereiten. Und den platzt eigentlich so gesehen, positiv gesehen, der Arsch voller Arbeit. Und das finde ich ein sehr gutes Zeichen, also halt in dieser Branche. Und was ich auch mal sagen wollte, mal irgendwie Thema Branche und ja, gute Vorbereitungen irgendwie halt so. Also, hmm. Okay.